Das ist Dörf Meder! Das ist Dörf Meder? Ja, ist er nicht ekelerregend wie? Also, was willst du von uns, Meder? Sag doch was! Sprich! Wer ist ein Schneider? Ich bin ganz närrisch auf deinen Frag. Keine Ablenkung von übernimm das! Ja, ja, sieh nur das schreckliche in Wahrheit ins Auge. Dies, lieber Freund, ist ein Krypto-Anagon-Sendegerät. Es kann jede Feuerwaffe neutralisieren. Das bedeutet, dass wir zur letzten Waffe greifen müssen. Was du nicht sagst. Und was, wenn ich fragen darf, soll das sein? Chewbacca, der Wookie! Hilfe, zu Hilfe! Chewbacca ist mir entflogen! Das Spiel ist auswählen. Wer mal in den Klauen hat, den gibt er nicht wieder her. Doch, kann mir Hilfe werden! Wo von wem? Von Angus McGonagall, dem Schottenrock-tragenden, gurgelnden Wasserspeier. Wie furchtbar! Wir sind in der Falle von Dörf Meder, unsere Waffen nutzlos und gefoltert von einem gegurgelten Gershwin. Was kann uns aus dieser Lage befreien? Na was für eine Gesang- und Tanznummer! Soweit also der Gesangsteil. Jetzt kommt die Tanzerei. Das überdehnt ihr mal, ja? Ja! Na was ist denn, schwingen die Weine hart? Ich tanze gewiss. Aber wir scheuen das Schluss noch mal zu. Na gut. Zum Glück habe ich mal einen Tätas-Tilfen gesehen. Es sind keine Schrauben locker geworden. Luke, dann bist du als nächster dran. Oh nein, ohne mich. Ich hole meinen Cousin. Hm? 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 Ich bin neveren, ohne mich. Ich bin nicht nur noch mal. Ich bin nicht nur noch mal. Ich bin niemalscitren, dass wir das Herzschwut니 haben. Ich bin nicht nur noch mal. 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 Und ich bin auf dem Weg. Na, war das nicht eine wundervolle Show, liebe Freunde? Aber bevor wir uns verabschieden, wollen wir noch einmal die Stars aus dem Krieg der Sterne an den Himmel zaubern. Chewbacca, der Wookiee. Applaus, Applaus! Und jetzt R2-D2. Und C3-PO, meine Damen und Herren. Selbstverständlich Luke Skywalker. Applaus, Applaus! Danke, Kermit. Aber willst du nicht auch meinen Cousin rausbitten? Na ja, wenn du meinst, würdest du denn bitte hinausgehen und ihn hereinbitten? Oh, das ist nicht nötig. Meine Damen und Herren, Mark Hemmelt. Danke. Danke für deine Einladung, Kermit. Das gilt auch für mich. Entschuldigen Sie bitte, sehen Sie auch alles doppelt? Sag mal, wer ist dein Schneider? Ich bin ganz närrisch auf deine Kluft. Na, bevor ihr noch tiefer gesäufzt ist, machen wir lieber Schluss. Also dann, liebe Freunde, auf Wiedersehen bis zur nächsten Muppet Show! like, schriftst du auch bei uns. Aber dieses Schiff ist eine Schiff ist eine Schiff, die dann aus der Kluft, wenn du nicht aus dem Schiff bist. Aber das ist ein Schiff! Du bist ein Schiff! Also da, wie du das jetzt in der Kluft hast du hast. Und der R2-D2-D2. Vielen Dank.